Aber auch kleinere Kalmos, finde ich, sie wollen irgendwie mit spielen, aber sie wissen noch nicht, wie das Spiel geht. Oder wie sie auf den Zug aufspringen sollen. Ich finde das eine ganz interessante Entwicklung, muss ich sagen. Herzlich willkommen zum 34. Digi-Talk. Heute wieder in einem ganz anderen Bereich, und zwar beim Radio sind wir. Und zwar ist Julia Hoch bei uns. Freut mich außerordentlich. Jetzt haben wir, glaube ich, jedes Geschäftsfeld hier. Vor allem, ganz spannend, Radio, Social Media. Ich glaube, die Thematik kann man sehr intensiv besprechen. Jetzt aber vielleicht, wenn du dir kurz vorstellst, dass die Leute wissen, wer mir hier gegenüber sitzt. Erstmal danke, dass ich hier für die Einladung sein darf. Sehr gerne. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich bin Julia Hoch, du hast schon gesehen, eigentlich Moderatorin bei Radio Liechtenstein. Ich bin dort Online-Bereiche ein Stück weit betreue. Also bin ich Online-Redaktorin. Und ja, ich arbeite eigentlich mehrheitlich auch im Frühdienst. Also wenn man am Morgen aufsteht, hört man mich meistens. Das ist eigentlich so wie mein Berufsfeld. Jetzt hast du ja gesagt, man hört dich. Also du bist schon seit zehn Jahren beim Radio. Ja, also mit Unterbrüchen. Ich habe angefangen mit 21 beim Radio. Ich habe dort eine Ausbildung gemacht. Kurz einmal beim Radio Rhein. Ich war selbst in eurer innerer Maß. Ja, ich kenne die Radio Rhein schon. Kurz einmal beim Radio Rhein. Und das ist dann fusioniert zu FM1. Und dann bin ich irgendwann zu Radio L gewechselt. Halt wieder zurück über den Rhein in die heimatlichen Gefilden. Jetzt kann man ja sagen, in den letzten zehn Jahren ist relativ viel passiert. Ich sage jetzt mal in der Medienwelt und mit Social Media, die vor zehn Jahren sicher noch nicht so präsent war. Logisch war es gerade am Aufkommen mit Facebook und so. Trotzdem, du hast hautnah miterlebt, was Social Media in diesem Sinne auch für andere Medienfirmen einen Einfluss hat. Was sagst du, hat sich in diesen zehn Jahren für das Radio verändert? Ja, also krass ist schon, wenn ich jetzt zurückdenke. Du siehst zehn Jahre, oder? Als ich angefangen habe, die Ausbildung zu machen, war es wichtig, dass man das Mikrofon bei dir lernt. Also das, was man hatte. Dann war es wichtig, dass man Schnittprogramme hatte. Und irgendwann, wenn man auf Sendung ging, war es natürlich auch ein Programm zum Fahrer und so weiter. Und dann habe ich das Radio Handwerk gelernt. Das Internet selber war mit dem Recherchieren, aber jetzt nicht so präsent mit den sozialen Medien wie heute. Wenn du heute jetzt anschaust, wenn wir etwas machen, bei unserer Redaktion, dann wird immer überlegt, okay gut, wenn wir einen Termin gehen, kann man dann ein Video machen? Stellen wir es dann online? Was tun wir auch für Wert? Also so crossmedial läuft das Ganze. Das ist natürlich schon ein Unterschied, weil früher hat man nicht mehr so viel Denken und heute wird irgendwo mehr gefordert von dir als Journalist, oder als Moderator oder als Radiomensch. Das muss ich sagen. Ja. Kann man auch sagen, früher war es wirklich so der klassische Radio, das du angefangen hast, wie man ihn auch kennt hat. Heute geht es eher für ein Radioell oder sonst ein Radio, aber ich glaube auch für Zeitungen hin zu einem Newsroom. Eigentlich, dass der Kanal, den man distribuiert, gar nicht so entscheidend ist, sondern dass man die Leute dort abholt, wo sie auch unterwegs sind. Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Es ist auch immer etwas anderes, oder wenn du auch näher etwas rauslässt, sage ich jetzt mal über ein Etter, wie wenn du es natürlich für die sozialen Medien zum Beispiel aufbereitest. Das sind auch zum Teil unterschiedliche Sachen, weil zum Beispiel im Radio schaffst du ja nur mit dem Ton, oder? Also da muss ich dir dann vielleicht andere Sachen fragen, wie wenn ich zum Beispiel für die sozialen Kanäle etwas mache, wo ja auch das Bild ein sehr wichtiger Faktor ist. Und was natürlich aber jetzt ist, du bist dann auf einmal nicht nur Radiomensch, sondern auch Filme. Ich glaube, es verschwimmt alles ein bisschen, und das Verschwimmen ist auch die Schwierigkeit am Ganzen. Wie du siehst, du holst die Leute dort ab, wo sie momentan sind, oder wenn sie jetzt zum Beispiel am Handy sind, bei den sozialen Medien, dann lagen sie das Video an, und dann musst du zu jedem Video eigentlich auch, du weißt ja selber, wenn wir ein Video machen, einen Text dritten, weil die meisten hören sie ja nur. Und für das Radio ist dann zum Beispiel einfach das Bild nicht so wichtig, da spielen dann andere Faktoren drin. Und das ist schon, wo ich merke, wo man auch extrem mit jonglieren will. Also, man muss sich mehr anpassen, oder man muss sich ein neues Wissensfeld aneignen. ein Stück weit. Hat in diesem Sinne der Radio auch eine Attraktivität verloren? Ich glaube, Attraktivität nicht, aber man muss es anders präsentieren, auch ein Stück weit. Also eben nicht nur denken, das ist jetzt auch näher, das geht aus, jetzt geht auch Podcasts, oder? Der Hörer will ja eigentlich, wenn du jetzt mal so schaust, die meisten Leute wollen ja eigentlich die Sachen haben, wenn sie es haben wollen. Also sie warten jetzt nicht mehr, bis am Abend am Viertel um acht, am Sonntag bis der Tartort kommt, sondern sie nehmen es auf, weil am Sonntagabend bist du vielleicht irgendwo zum Grillen eingeladen. Dann schaust du dann halt am Montag, oder? Das Zeug ist auch unter dem anderen zum Teil. Und so ist es auch eigentlich mit der Radiobeiträge, wenn eigentlich die Sachen nachhören können, etc. Und es ist einfach wichtig, glaube ich, dass man den Nerv dort nicht verpasst, also dass man als Radio dort vielleicht auch andere Möglichkeiten entdeckt. Radio an und für sich, glaube ich, hat keine Attraktivität verloren, man muss es einfach vielleicht etwas anders verpacken manchmal, oder etwas mehr verpacken, wenn man es in die sozialen Medien einbindet. Jetzt ist ja, ich meine, ich bin jetzt doch auch schon ein bisschen in diesem Thema Gebiet auf Weg, Social Media mit unserer Agentur und allem, und jetzt ist mir in den letzten Jahren durchaus auch aufgefallen, und das mache ich jetzt nicht nur das Radio, sondern auch die Zeitungen dazu, dass diese sehr stark unter Druck geraten sind, weil die Hörerzahlen, die Leserzahlen einfach abnehmen, weil sich die Leute online auf dem Handy, die auch immer informieren, und eben, wie du gesagt hast, eigentlich nicht mehr live die Sachen anschauen, und die Zeitungen als Bordeaux, eigentlich einfach die News nicht am nächsten Tag lesen. Heisst das auch, man muss sich als Medienschaffenden einfach auch überlegen, wo kann ich den Mehrwert bringen, und dann nicht unbedingt vielleicht in den hochaktuellen News, sondern viel mehr auch vielleicht in den Hintergrund, mit Themen, du hast vor Podcasts angesprochen, dort interessante Sachen zur Verfügung stellen, ist schon so, oder? Ja, du kannst ja sagen, du machst ein Interview, meistens ist die Hördauer auf dem Sender, in der Regel sagen wir nach zwei Minuten, zweieinhalb Minuten, driftest du meistens als Hörer ab. Zweieinhalb Minuten gesprochenes Wort ist auf dem Sender für dich als Hörer extrem lang, weil meistens läuft die Radio immer ruhig, ein bisschen im Hintergrund, oder du hörst vielleicht gleich, oh, jetzt kommt die Nachricht, jetzt drölle ich mal auf, das möchte ich jetzt hören, oder? Ja. Aber so ist ja Radio viel ein bisschen im Hintergrund, und du dröllst eigentlich auf, wenn dich wirklich etwas interessiert. Und ich glaube halt, zweieinhalb Minuten driftest du irgendwann ab. Das heisst, wenn du siehst, hör, hey, lass, wir haben das ganze Interview, wo vielleicht in dieser Thematik jetzt fünf Minuten geht, als Podcast online gestellt, wenn es euch interessiert, schau nochmal drinnen, hast du wahrscheinlich einen Mehrwert, weil der Hörer vielleicht ist lustig geworden von dem, was er auf dem Sender gehört hat. Und der, der sich interessiert, denkt sich dann, cool, das möchte ich nachhören auf den Kanal, auf den Social-Media-Kanälen. Du hast dann natürlich noch ein bisschen Traffic auf deiner Homepage, und so weiter, und geht dann schon, ich habe das genau nachhören. Aber wenn ich wahrscheinlich fünf Minuten, sechs Minuten über das Thema referiere, dann kann es natürlich auch sein, dass ich viel mehr Hörer verliere, weil der denkt, jetzt reden die sechs Minuten, ich will lieber Musik, oder? Also ich glaube, das ist das, was ich sehe, man muss den Inhalt vielleicht für das Radio mehrschichtig aufbereiten, so muss ich es sagen. Also du hast vielleicht einen Teil, wo du über den Sender gehst, dann siehst du, okay, wir haben hier Podcast dazu, übrigens, auf unserem Social-Media-Kanal haben wir noch ein kurzes Video, weil meistens der Mensch ist ja sehr interessiert, wie schaut der aus, wenn du jemanden hörst am Radio, dann denkst du, wie schaut der aus, du bist ja viel bei Radiomoderatoren, stellst dir sie ganz anders vor, wie sie denn sind, und du willst ein Bild dazu haben zu dem Menschen, dann gehst du vielleicht noch auf den Social-Media-Kanal, dann hast du dort noch mehr Wert davon, weil dort nochmal einen anderen Aspekt da oben ist, von dieser Person. Also ich denke einfach, ja, da muss man einfach ein bisschen vielleicht ein vernetzter denken, also mehr, ja, wie du gesehen hast, schaue, dass man halt dort einen Mehrwert rausholt, je nachdem, um was für eine Thematik das geht. Und wie schwierig ist das? Wie schwierig ist das auch, ich sage jetzt in einem sehr traditionellen Unternehmen, wie jetzt der RadioEllo ist, und wie das auch, ja, einen Blick, oder die Medien, die halt sehr, sehr gross und vielleicht eben auch ein bisschen Träger sind, ihr mit dem RadioEllo natürlich auch noch am Land verpflichtet. Wie schwierig ist das, da den Shift hinzukriegen, also, um die Schnelllebigkeit, die ja all die Sachen haben, die Social Media hat, das dann auch umzusetzen? Ist das eine grosse Herausforderung? Es ist schon eine Herausforderung. Ich glaube halt auch manchmal, dass du als, ich sage jetzt mal, als Radio-Journalist, oder eben so im Fall, wo eben die Social Media, also ihre Online-Redaktion schafft, so muss ich sagen, eine gewisse Verantwortung hast. Also ich finde, ähm, manchmal muss man, also es tönt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist nicht alles, was vielleicht, es ist schon, wenn du Interview machst, geht es uns ja in erster Linie nicht darum, zum Beispiel Leute schlecht darzustellen, oder? Sondern wir wollen einen Zustand darstellen, oder wir wollen eine Situation darstellen. Und ähm, ich finde schon, dass man gewisse Sachen, irgendwo muss vielleicht auch dosiert dann aufladen, oder dann auch fragen, weil jetzt, das beste Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir eine Aktion haben, von der Landespolizei, ähm, wo Kinder, Schutzengel verteilt haben, an die Autofahrer. Jetzt ist das natürlich eine herzige Geschichte, oder? Es ist so ein bisschen eine Geschichte, wo man natürlich auf dem Sender etwas machen kann, wo sowas für die Online, also für die sozialen Medien hergibt. Aber, da muss man zum Beispiel dann logischweise erst die Eltern fragen, oder ist das überhaupt okay, dass wir eure Kinder filmen? Und ich finde halt, dort sind noch zwei Kinder dabei gewesen, wo die Eltern klar gesagt haben, sie möchten das nicht. Und dann machen wir das auch nicht. Also ich finde, du musst auch immer ein bisschen schauen, oder du hast auch eine gewisse Verantwortung, finde ich, mit dem, was du denn aussiehst. Oder? Und natürlich, bei den sozialen Medien ist es noch viel mehr, finde ich, weil es nimmt dann auch zum Teil eine Dynamik an, die eine grössere Reichweite hat. Wenn ich jetzt nur ein Auto und z.B. über einen Sender überlasse, nach 30 Sekunden ist das weg, oder? Aber wenn ich ein Video da mache, dann ist das im Netz. Und ich finde, das ist dann eben schon, je nachdem, ob ich jetzt die Online-Journalist tun wir das jetzt so auf, oder wie tun wir das so auf. Und ja, ich tue zum Beispiel auch immer darauf achten, wenn ich jetzt die Kinder sowieso fragen muss, ist generell so, aber ich tue zum Beispiel die Leute immer darüber informieren, dass wir machen noch ein Video. Also, ihr könnt den auch auf den Kanälen und so weiter, weil die Leute haben ja manchmal das Gefühl, sie sind sich das also nicht immer bewusst, oder? Oder, dass das irgendwie dann online gestellt wird, oder, dass sie sich dann halt eben, ja, im Netz befinden. Und ich finde einfach, da herrscht so irgendwie eine gewisse Verantwortung, und ich finde manchmal ist es auch nicht so einfach, ja, zum Abwägen. Also, was tue ich auf, wie tue ich es auf, und tue ich das jetzt überhaupt auf. Auch wenn es vielleicht eine gute Geschichte wäre, aber, kann ich das so irgendwie vertreten, um das jetzt aufzutun. Ja, aber du hast natürlich noch einmal eine andere Verantwortung als Radio, wo ihr... Wie als Privatperson, oder? Als Privatperson, oder ich sage jetzt auch als private Unternehmung. Wenn du jetzt ein privates Medienunternehmen bist, dann kannst du dich natürlich so positionieren, wie du dich gerne willst positionieren. Aber als Landesradio ist es natürlich schwieriger, dann musst du sehr, sehr vielen Anspruchsgruppen auch gerecht werden. Das ist ja so. Und das ist natürlich auch so, ich habe ja auch private, also soziale Kanäle, die ich nutze. Und ich tue aber auch dort zum Beispiel sehr klar definieren, was ich aufzutun. Ich tue natürlich auch auf meinen privaten Kanälen zum Teil private Sachen aufzutun. Weil ich finde auch, als Radiomoderatorin schafft das natürlich auch gewisse Neue, oder? Das ist ja so, ja. Wenn du natürlich über die sozialen Medien generieren kannst. Und ich tue dort auch bewusst private Sachen aufzutun, aber auch sehr wohl bewusst überlege ich mir, was ich aufzutun. Also möchte ich das jetzt veröffentlichen, oder möchte ich das nicht? Und ich glaube, dort manchmal habe ich das Gefühl, es gibt dann die eine Generation, die sagt, ich will gerne nichts von mir im Internet haben. Die sozialen Kanäle sind sowieso vorbei. Also da möchte ich nichts damit zu tun haben. Ich finde, das ist alles schlecht, oder so. Und dann gibt es die anderen, die das andere Extrem, die sagen, ja, ist ja egal, alles tue ich auf. Und auch nicht viel überlegen, oder? Und ich glaube, dass man sich einfach das bewusst sein muss, auch jetzt wurscht, ob als Journalist, oder als Mensch, der erhöhtiger Zeit lebt und sich auf verschiedenen Plattformen bewegt, dass man sich einfach sehr wohl bewusst sein muss, was im Netz ist, ist im Netz. Und was damit passiert. Das ist ein lustiger Ding, kann ich auch von einer persönlichen Dinge erzählen. Wir haben also, wie ein Kind, und wir haben uns ganz klar dafür entschieden auch, dass wir keine Fotos von unserem Kind auf die sozialen Medien tun. Und sonst haben sie halt irgendeinen Smiley übers Gesicht, wenn wir dann die Erinnerung teilen wollen. Weil ich genau auch der Meinung bin, es soll der Mensch selber entscheiden, was nachher von sich auf dem Internet ist, irgendwo unterwegs. Weil, was mal da oben ist, wie du gesagt hast, das ist irgendwo da oben und das kann irgendwo wieder auftauchen. Jetzt hast du aber relativ einen spannenden Übergang eigentlich gleich gemacht, zur Julia Ho. Jetzt bist du auf der einen Seite Radiomoderatorin, auf der anderen Seite Privatperson. Du hast noch ein zweites Business in dem Sinne angefangen, da kommen wir dann nachher drauf. Wie lässt sich das vereinbaren, Privatperson und Radiomoderatorin? Also musst du schon auch privat sehr schauen, was du tust, wie du dich verhaltenst? Also sagst du auch, ich bin die Julia Hoch, ich mache das, wie ich bin, und du reist selbst dann ins Radio rüber? Also ich glaube, dass man schon eine gewisse Authentizität haben muss. Dabei musst du authentisch sein als Person. Das hörst du auch über einen Sender. Wenn ich dir etwas erzähle, wo du das Gefühl hast, du hörst das einfach über einen Sender, wenn ich dir etwas erzähle, wo ich nicht selbst der Mann nicht bin, dass es so ist. Also, Sachen können überall bringen, braucht du eine gewisse Authentizität. Authentizität? Das ist genau mein Zungenbrecher. Ich würde sagen, wo du am besten authentisch bist. Wo du am besten authentisch bist. Ich fange nochmal an. Der ist gut. Das ist gut. Das werden wir nicht. Der ist gut. Ich glaube schon, dass du authentisch sein musst. Als Mensch auch auf dem Sender. Aber es ist wie bei jedem Beruf. Du hast ein Arbeits-Ich, und du hast ein privates Ich. Jetzt ist es natürlich bei mir so ein Schock, dass sich das recht vermischt. Ich bin so, wie ich bin. Am Anfang, als ich angefangen habe zu modellieren, habe ich zum Beispiel Kritik extrem persönlich genommen. Also, dass man mir zum Beispiel, es gibt immer jemanden, der dich cool findet, oder der dich nicht cool findet. Das ist im privaten, wie im beruflichen Bereich so. Das ist ja so. Aber als ich angefangen habe zu modellieren, und es sind dann zum Teil auch Mails gekommen, weil Leute dich direkt anschreiben, weil sie es auch nicht gut finden können, oder weil sie finden, ich mag dich nicht. Dann fragst du mich auch, wie kannst du mich nicht mögen? Du kennst mich eigentlich gerne. Du gehst schon oft dem aus, was du über einen Sender hörst. Also, du tust mich in eine Schublade hinein. Das hat mich am Anfang, als ich jünger war, recht mögen. Also, ich hatte am Anfang recht Mühe damit, dass man mich irgendwie nicht mag, oder dass man mich in eine Schublade hineintet, aufgrund von dem, was ich vielleicht auf dem Sender sage. Manchmal ja auch so sind Beiträge, die ich einfach bringe, die ich vielleicht nicht selbst gemacht habe, die ich einfach anmodelliere, und einfach meine Art nicht mag. Und mittlerweile ist es so, dass ich mir denke, dann ist es halt so. Ja, nein, weil schlussendlich lest du dann auch ein bisschen ein Feld zu. Und wie gesagt, musst du vielleicht ein gewisses gesundes Selbstbewusstsein ein bisschen zulegen, dass du denkst, okay, gut, der eine mag mich, der andere mag mich nicht. Und so ist es ja im privaten Umfeld, dass du denkst, okay, gut, du magst mich, du magst mich nicht, oder? Dass ich im privaten Umfeld vielleicht auch nochmal ein bisschen anders bin, wie natürlich im Geschäft, ist auch so. Aber musst du ehrlich sein, das bist du auch, oder? Ja, ich weiss jetzt nicht. Würde ich jetzt vielleicht nicht ganz so sagen. Ich probiere auch, sehr authentisch zu sein. Logisch, wenn wir eine Firmenanlass haben, dann verhalte ich mich schon nicht so, wie ich jetzt vielleicht mit den FC-Jungs auf einen FC-Reis gehe. Ist klar. Genau. Der Part ist klar, aber sonst probiere ich natürlich auch, so authentisch zu sein, wie man ist. Und für mich, das ist ja so, für mich ist das, was ich hier mache, nicht zu arbeiten. Für mich ist das, was ich gerne tue, das kann ich den ganzen Tag und bekomme noch Geld dafür. Also für mich ist es nicht zu arbeiten. Für mich ist es, ich bin Unternehmer, ich darf das machen, was ich will. Und dann mache ich es auch so, wie ich bin. Natürlich, eben, wenn es um Mitarbeiter und so geht, gibt es sicher gewisse Sachen, die man einfach als Geschäftsmann machen muss, wo man dann auch nicht der Freund kann sein, der Kollege. Aber sonst bin ich deiner Meinung, man muss authentisch sein. Man kann sich nicht der einen Seite so darstellen und privat völlig anders sein. Das geht nicht. Dann bist du einfach auch nicht glaubwürdig. Nein, ich habe auch das Gefühl, du kannst die Masken Radio nicht aufrechterhalten, über einen langen Zeitraum. Das heisst, und das ist ja bei uns im Radio, das Radio lebt ja auch ein Stockwitz von dem, was ich überall bringe, weil du siehst mich ja nicht wie im Fernsehen, sondern du hörst mich noch. Also entweder findest du meine Stimme sympathisch und denkst dir, oh, Julia, das muss eine sympathische Person sein, so wie sie tönt, oder ich mag die Art, wie sie ist. Und schlussendlich, ja, du hast ja noch gefragt, ob ich schaue, dass ich gewisse Sachen nicht mache. Oder wie hast du gesehen, im privaten Bereich? Ja, im privaten Bereich. Vielleicht so ein bisschen schaue, okay, da könnte man mich jetzt kennen. Ich sage jetzt so, im Licht, da ist die Fasnacht auch immer noch so ein Thema. Du meinst, dass ich nicht besoffen im Grabelig, oder? Ja, gut. Sag jetzt mal, wenn du an eine öffentliche Veranstaltung gehst, schau, wie die dort ... Ja, natürlich. Aber das tue ich generell. Das hat jetzt nicht mal unbedingt noch mit dem Job zu tun, sondern weil ich einfach finde, ja, ich muss mich jetzt nicht komplett daneben benehmen, wenn ich irgendwann eine öffentliche Veranstaltung bin. Also es ist unabhängig von dem, ob ich jetzt als Julia Hoch dort bin oder nicht. Und mein Papa ist übrigens Polizeichef, also vielleicht kann ich den nicht ganz so auf mich nicht umführen. Nein, aber einfach so, als ... Ja, das Land ist klein, man kennt sich einander. Hand umgeht muss man es mal sagen, oder ich bin wahrscheinlich mit vielen kennen mich auch privat durch das, weil das Land natürlich klein ist. Ja, also ich glaube einfach ein normales Verhalten. Aber ich tue jetzt nicht irgendwie speziell, dass ich mich speziell anders verhalte. oder mal hat jemand zu mir gesagt, du musst nicht immer so ... du musst nicht eingebildet sein, oder du musst nicht das Gefühl haben, ob du beim Radio schaffst, bist du etwas Besseres, hat man jemand zum Beispiel mal gesehen. Und dann habe ich mir auch dort gedacht, ich bin dort gestanden und dachte, okay, gut, du hast jetzt genau drei Sätze, mit mir geredet nicht einmal. Und siehst du etwas zu mir, und meistens ist es ja auch eher bezeichnend, was die Leute über dich sagen, für sich selbst, oder? Das ist ja so. Und ich bin immer der Meinung, so Neid und das Haten ist eigentlich die grösste Form von Anerkennung. Man sieht ja den Pfö und den Neid. Ja, auch der Pfö und den Neid ist der leichte Stand. Ja, auch der Pfö und den Neid ist der leichte Stand. Nein, aber das hat jetzt nicht nur etwas mit dem Radio zu tun, sondern das ist ja auch auf den sozialen Medien. Grundsätzlich sind ja die Hater und die, die neidisch sind, die anerkennen ja etwas. Und darum freue ich mich auch mal, wenn jemand hat, dann denke ich, dann machen wir etwas richtig. Jetzt bist du selber auch, nebst dem Radio, wo du in der Online-Redaktion schaffst, auch noch, hast du eben das zweite oder dritte Standbein aufgebaut, im Social-Media-Bereich. Du hast Network hoch. Genau, ja. Vielleicht erzählst du uns dort schnell, was genau du machst, und inwiefern, wieso du jetzt gedacht hast, jetzt mache ich selber auch noch etwas. Ja, es ist auch so. Also, ich liebe ja meinen Radio-Job zuerst einmal vornherein. Aber es ist halt so, du bist irgendwann dann halt einfach etwas begrenzt. Ich bin jetzt Moderatorin, ich mache meinen Job sehr gerne, ich kann in der Online-Redaktion arbeiten, aber irgendwann habe ich das Gefühl, ich will auch noch selber ein bisschen weiterkommen, noch etwas für mich zu machen. und habe dort aufgrund von dem, natürlich aus dem aussen, dass ich eine Online-Redaktion schaffe, mich weiterbildet auf dem Bereich der sozialen Medien, also Social-Media-Manager, noch gemacht. Und habe dann gefunden, ich habe Spass an dem eigentlich. Und habe dann aufgrund von dem eine Agentur gegründet, die unter anderem eben auch zum Beispiel Strategien für Unternehmer macht, Consulting-mässig, Unternehmen auch beraten, keinen Bereich der sozialen Medien. Also da bist du mehr in der Beratung, dass du sagst, wie man es machen könnte. Zum Beispiel. Und weniger in der Content-Produktion. Weniger in der Content-Produktion. Ich kann zum Beispiel Inputs geben, wie man ein Content aufbereiten könnte oder ich kann Ideen bringen. Bei Bedarf kann ich es schon auch machen, aber es ist eigentlich mehr, ob man jetzt Consulting-mässig denkt und was halt auch ist, zum Beispiel so Coaching-mässig. Also ich habe viele Anfragen bekommen, kannst du mir das nicht einmal erklären? Oder? Und dass es halt auch unter Schulungen läuft, auf den Stock weiter, für Leute, die... Ich merke halt auch vielfach, Unternehmen, die wenn irgendwie jetzt auf den Zug aufspringen, von den sozialen Medien, aber irgendwie hat Ilse, die schon 50 Jahre im Büro das Zeug betreut, weiß jetzt nicht, wie man Facebook genau bedient oder Instagram. Ich habe mal einen Account gemacht, aber schon ein Gefühl, das nützt dir so nichts. Oder ich weiß nicht, ob das etwas nützt. Irgendwie wollen wir trotzdem mitmeschen. Und da geht es eigentlich ein bisschen darum, einfach mal von der Basics so anfangen. Es klingt jetzt blöd, aber... Du sagst, meine Basics, dort fängt es an. Und eben, wir machen ja auch so Social Media Workshops, wo wir... Ich sage, wir gehen jetzt vielleicht nicht an dem ersten Punkt an, wo du jetzt vielleicht anfängst und sagst, okay, wie kann ich jetzt das für das Unternehmen nutzen. Wir gehen ganz klar auch in die Zielgruppenanalyse und setzen dann aber auch wirklich nach dem Content um. Und was ich einfach auch viel gemerkt habe, es fehlt einfach schon das Verständnis für Social Media. Was ist es überhaupt? Wieso muss es überhaupt machen? Jeder redet davon. Was bringt es mir? Ich komme so immer zu fragen, was bringt es mir? Bringt es mir überhaupt etwas? Gut, aber dann könntest du vom Radio relativ einfach sagen, ja, was bringt es dir, einen Radiospot zu machen? Ja, es geht um Branding. Es geht darum, dass du präsent bist auf den sozialen Medien, dass die die Leute sehen. Du hast mir, bevor wir angefangen haben, wir sehen, wir sind die ganze Zeit präsent. Du wirst es auf allen Kanälen sehen. Ja. Ja, das machen wir nicht einfach nur wie zum Schluss so machen, auf die Schulter und klopfen. Oh, wir sind gar nicht sicher. Nein. Das geht natürlich dorthin, dass wir wollen, dass uns die Leute sehen. Dass man weiss, okay, irgendwann hat einer mal gedacht, es hat vielleicht eine neue Homepage an. Ah, DigiQ wird immer ein bisschen von dem erzählt. Er hat immer unser Knowhow gegeben. Das ist der Ding. Und das muss jedes Unternehmen auch machen. Und dort fährt es aber schon ab. Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist das Unverständnis so. Sie sehen einfach den Mehrwert noch nicht. Und das finde ich auch schade. Und jetzt habe ich aber momentan das Gefühl, jetzt gerade auch, ich meine, grössere Unternehmen ist etwas anderes, wissen wir selber auch, aber jetzt gerade so kleinere Keime aus. Ja, aber auch kleinere Keime aus, finde ich, die haben irgendwie das Gefühl, sie wollen irgendwie mitspielen, aber sie wissen noch nicht, wie das Spiel geht. Ja, logisch. Und ich finde das auch eine ganz interessante Entwicklung, muss ich sagen. Social Media ist extrem schnelllebig, aber ich finde das eine extrem interessante Entwicklung, Und darum habe ich eben auch dann gefunden, ich möchte mich in diesem Bereich auch ein bisschen positionieren. Wie gesagt, im Moment, ich könnte mehr machen, ich sollte mehr machen, auch auf meinen Online-Kanälen. Aber es ist halt, mit dem Arbeiten und dem Radio immer ein bisschen abwunden. Ähm, ja. Jetzt habe ich gedacht, ich probiere mal das Projekt für mich selber aus. Ich möchte mal schauen, dass es in eine gute Richtung kommt. Und auf was für Resonanz stehst du dort? Also bis jetzt habe ich eine recht gute Resonanz gehabt, für die, die bei mir gewesen sind. Ja, also kommen wir jetzt dann auch zum Ding, aha, darum mache ich das? Ja, natürlich, ja. Es ist vielfach so, wenn du es dann erklärst und du ab jetzt in die Tiefe gehst oder was eigentlich der Sinn vom Ganzen dahinter ist, dass es eben nicht noch ist eine Form von, wenn du es privat nutzt, kannst du es ja extrem auch selbstdarstellerisch nutzen, oder wenn du möchtest. Aber wenn du es natürlich als Firma professionell nutzt, so willst, muss ich dir gleich nicht erzählen, dann ist es noch ein ganz anderes Thema. Es ist ja so, ja. Es ist ja so. Und wenn sie dann einmal erkennen, okay, die Möglichkeit, Anja, ich habe ja die Erfahrung gemacht, kann so der Blausträuber, dann fängt es an, ich weiß nicht, ob jetzt eine Argendynamik dann auch rübergekommen, oder? Ich glaube, das Problem ist einfach vielfach, wo zuerst einmal die Hemmschwelle sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und jetzt muss man. Ja, irgendwie hätte man vielleicht noch sagen können, ja, ja, ist das nicht so wichtig gewesen. Und jetzt ist es momentan natürlich so in aller Munde, oder? Und es ist ein Boom. Ja, und du hast halt, ich meine, wenn ich den Schreiner vom Grabsenberg oder von Triessen oder wo auch immer bin, dann ist mein Geschäft ich mache etwas mit Holz, ich mache Möbel, ich mache Häuser, oder was auch immer, dann ist meine Kernkompetenz nicht Social Media, also das Marketing schon gar nicht, und dann ganz sicher nicht Social Media. und das ist halt, in der KMU-Welt wird sehr, sehr viel Werbung noch fast etwas selber gemacht, hat jeder Unternehmer das Gefühl, ja, ja, ich weiss schon, wie es geht, ich weiss schon, was ich machen muss, weil es hat ja viele, ja, wir machen jetzt unsere 20 Inserätchen im Jahr in der Zeitung hinein, ja, dass das vielleicht vor 20 Jahren, vor zehn Jahren auch noch okay war, das verstehe ich ja noch, aber heute, ich glaube, heute ist die Marketingwelt insgesamt so schnelllebig, dass du einfach, dass du Partner brauchst, die diese Sachen unterstützen, beraten wie auch umsetzen. Vor allem muss ich sagen, oder, man, warum haben auch die Medien zum Teil oder auch die Zeitungen mit Mühe, mit Werbung, oder Verkauf und so weiter, weil das natürlich, der Werbemarkt verändert sich auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel heute etwas verkaufen will, dann muss ich zum Kunden hergehen und sagen, okay, hör mal, ich verkauf dir das Package, du kommst bei uns einen On-Air-Einstieg für so und so viel, dazu bist du auf unserem sozialen Kanal, hast du so eine Reichweite dort und wir tun zusätzlich das ganze Podcast, du kannst es noch an deine Kunden weiterschicken, indem du es natürlich für unsere Zeit danach suchst. Du musst andere Lösungen haben heute. Genau, du musst anders denken. Und das habe ich manchmal das Gefühl, es ist noch nicht immer so ganz angekommen, dass man zum Beispiel mit weniger Geld eigentlich eine grosse Reichweite machen kann, wo man vorher viel mehr in die Hand nehmen sollte. Das ist auf einer Seite natürlich für dich als Unternehmer eine Chance. Für dich als Du, der siehst, du kannst bei mir Werbung machen, oder als Medienunternehmer, zumal als Radiozeitung, ist es natürlich auch gefordert, dass du andere Produktpaletten anbietest. Wenn du jetzt ein Umdenken anfängst, verschiedene Nischen aufgreifst, und siehst, okay, man kann dir Packages bieten, oder das und das kostet zu viel, oder einfach ein anderes umdenken. Und dort habe ich das Gefühl, ich bin manchmal noch ein bisschen drin. Ich wollte sagen, es hat relativ lange gebraucht, jetzt sind wir schon wieder im Radiothema, aber wir kommen zum Abschluss. Es hat am Anfang lange gebraucht, viele Medienfirmen wollten sich dagegen wehren. Ja. So, wir machen nicht, wir sind eine Zeitung, wir sind ein Radio, machen sie so. Aber ich meine, ob ich sie gut finde, ob Social Media eine coole Sache ist, oder nicht, ob ich das persönlich super finde, ist eigentlich scheissegal. Weil es passiert. Es passiert, ja. Es kommt darauf an, was am Markt ist. Ob ich cool finde, dass heute die Jungen alle nur auf dem Handy sind. Ja. Und wenn ich es noch schlecht finde, wegen dem sind sie trotzdem am Handy. An meinem Sohn kann ich sagen, du darfst nicht so viel auf das Handy. Aber es ist einfach so. Die Welt ist so. Wir dürfen nicht darüber reklamieren und jammern, sondern wir müssen schauen, wie wir die Chancen nutzen können. Sowohl als Unternehmen, wie aber auch als Medienfirma. Wie jetzt ein Radioell oder eine Zeitung oder so. Genau, das ist so. Wir müssen neue Wege suchen. Neue Wege kreieren auch. Genau. Und auch mal ein bisschen Open-minded sein manchmal. Das ist es. Nicht so festgefahren, oder? Es ist auch so, eben ist das, was ich sehe, aber ich habe auch das Gefühl, da braucht es manchmal auch, ist es zu wurscht, ob die KMUs oder Medienunternehmen auch in der Chefetage manchmal noch ein bisschen umdenken. Oder? Dass man halt einmal sieht, es ist nicht als, ich höre auch viel, wenn ich auch Privatgespräche habe, jetzt auch über meine Agentur angesprochen worden bin, dass man sieht, ja, aber ist denn das etwas, oder tut man sich denn da nicht auch irgendwie ein bisschen in die Nessla setzen, wenn man nicht schaut, was man öffnet. Ja, klar. Ja, klar. Aber für das gibt es ja eine Strategie. Für das gibt es ja eine Strategie, dass du genau siehst, wo möchte ich mich als Unternehmer positionieren, was ist mein Ziel, wo möchte ich hingehen, will ich eine Brand kreieren, will ich mehr Traffic auf meine Homepage haben, was will ich genau haben, will ich mein Produkt verkaufen, will ich einen Online-Job machen, was will ich machen, was will ich bewerben. Und dort habe ich das Gefühl, es ist natürlich, Social Media birgt durch die einen oder anderen Gefahren, es birgt aber auch viele Chancen. Und die Frage ist immer, was mache ich daraus? Ist das wohl als Unternehmer oder als Journalist, oder eben das, was ich dir sehe, mit der Verantwortung? Also, mir auch bewusst sein, möchte ich das jetzt zum Beispiel aufstellen oder nicht, passt das zu meinem Brand, passt das zu meinem Unternehmen, möchte ich das machen oder nicht, wie setzen wir gewisse Sachen um, welche Regelmässigkeit haben wir, etc. Aber das sind natürlich Sachen, wie gesagt, da muss ein Unternehmen heranhocken und sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und nicht einfach hoffen, oh, Facebook vielleicht irgendwann schaltet es uns dann von selbst ab. Oder? Es passiert nicht. Das ist so. Und ich glaube, dort ist genau die Berechtigung auch, wieso es mir als Agentur, oder du als Julia, ja, wo ein gewisses Know-how in diesem Bereich gesammelt haben. Und das ist, dieser Bereich lebt von Know-how, von Erfahrungen. Du kannst sehr viel Technisches lernen, das ist okay, du kannst lernen, wie ich einen Post und wenn und alles, aber es braucht sehr, sehr viel Erfahrung, es braucht sehr viel, wo du mit der Zeit auch lernen musst. Und darum glaube ich eben, ja, ist jetzt so die Zeit, wieso Social Media am aufkommen ist, weil sich eben langsam auch ein paar Leute mitauseinandersetzt haben, wie wir, und eigentlich die Unternehmen aufzeigen, wie es, wie es, wie es müsste sein, oder einfach nicht, wie es, wie es eine Chance sein kann. Ja, wir sind schon fast am Ende. Ich habe eine abschliessende, abschliessende Frage. Los! Und zwar, jetzt siehst du, bist du auf der einen Seite dem Radio, Online-Redaktion, machst Social Media. Meine Frage ist, gibt es das Radio in dieser Form in 20 bis 30 Jahren? Ich glaube, es gibt das Radio noch, aber ich glaube vielleicht nur in dieser Form. Ich glaube schon, dass das Radio eine Entwicklung durchmachen wird, aufgrund der ganzen Digitalisierung. Sprich Spotify und Apple Music. Ja, ich glaube nicht einmal noch eins, sondern ich glaube einfach, wie gesagt, Spotify natürlich auch spricht, ist natürlich auch die Thematik Musik, aber ich glaube einfach, dass im Radio, je mehr die ganzen Medien, werden mehr verschmelzen. Ich habe das Gefühl, im Radio wird das Bild immer wichtiger werden. Aufgrund natürlich von den ganzen Online-Kanälen. Also ich vermute, dass du irgendwann vielleicht einmal würdest, ist jetzt einfach so, was ich mir vorstellen könnte, dass du vielleicht irgendwann einmal das Radio einschalten oder online eine App suchst, wo du es aufmachst und dann siehst du mich zum Beispiel bei den Nachrichten, ähnlich wie in einem Nachrichtestudio etwas erzählen oder so. Ich glaube, das Radio wird schon eine andere Dimension annehmen. Es wird auch, wie gesagt, wie gesagt, auch der Werbemarkt wird sich mal so überlegen, wie sie das Ganze würden in Zukunft promoten. Also ich glaube, das Radio, so wie es jetzt ist, wird wahrscheinlich in dieser Form, also dass man nur noch, dass man den Ton separiert und vielleicht auch die Online-Medien separiert. Ich glaube eher, dass sich das alles zusammenbets mehr verschmelzen wird. Das wird irgendwie alles mehr cross-medial laufen, das Gefühl. Wirklich. Also weißt du, dass du irgendwie noch mehr Bild zum Radio dazu überkommst, nicht nur Stimmen. Ich gebe jetzt meine Meinung noch schnell dazu ab, weil ich habe mir ja auch Meinung zu dieser Frage. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt kein Zeichen erzählt. Nein, nein, ich glaube auch, die Leute wollen Geschichten hören, die Leute wollen Leute hören, die Leute wollen unterhalten werden, informiert werden. Dieser Part wird gleich bleiben, der ist ja schon vor 100 Jahren so gewesen und vor 50 und er wird auch in 100 Jahren so sein. Ich glaube aber, es wird weggehen vom Live. Also für mich, ich glaube, live wird es nicht mehr in dieser Art und Weise geben. Ich glaube, ein Radio, wie du auch gesagt hast, wird eher zu einer Medienunternehmung. Das heisst, es geht um gesamtheitliche Informationen und Unterhaltung und Stories zur Verfügung stellen. Und da könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass das in Podcast-Form ist, dass du eigentlich nur noch diese Sendung runterlässt und dass das Radio, ich sage jetzt, um die Attraktivität zu behalten, sehr, sehr viel eben mit Stories wird schaffen, sehr viel mit Podcast-Interviews, glaube ich, und die Sache... Oder mit Bild. Oder eben mit Bild, Video. Ich glaube, über Bild, Video und so weiter wird viel mehr auch kommen, weil, ja, du hast natürlich viel mehr Möglichkeiten. Dadurch kannst du ja heutzutage eigentlich schon blöd sehen, wenn ich an einen Brand gehe, an einen Hausbrand, je nachdem, könnte ich rein theoretisch live gehen, oder? Und kann nachher sagen, hey, ich bin da, schaue, es sieht momentan so und so aus, oder? Oder auch heutzutage schon, wenn wir unterwegs sind, wir haben Apps auf dem Handy, wo wir noch unser Mikrofon einstecken wollen, dann mache ich das Interview mit dir und dann schickt es mir automatisch in die Redaktion offen. Also das sind so Sachen, ich glaube, die Wege würden kürzen, die Welt wird schneller noch, also auf ein kleiner Ort, Möglichkeiten kleiner. Aber ich glaube, der Mensch interessiert sich immer für den Mensch. Und der Mensch interessiert sich auch immer für Geschichten, weil Geschichten, wie du siehst, das gibt es ja schon seit Anbeginn der Zeit, oder der Mensch hat immer Geschichten erzählt. Es hat immer mehr, Leo, oder? Eben genau, darum denke ich... Ich denke, das Radio wird so, wie du es gesehen hast, nicht in der Art und Weise, aber es wird weiter bestehen, so, das denke ich auch, also dort alles mit dir. Gut, finde ich ein gutes Schlusswort. Danke vielmals, Julia, dass du hier warst. Danke vielmals. Für alle, die mal wissen wollen, was Julia neben dem Radio noch tut, geht doch mal auf www.networkhoch.com, schaut rein, was sie tut. Und eben Social Media, Julia ist sicher auch eine Expertin für Beratung, natürlich wie wir auch, aber der Markt ist so gross und es gibt noch so viel Potenzial darum. Ja, vielen Dank, bist du da gewesen? Danke dir für die Einladung.